was geht ab leute heute mal eine runde clash of clans ja es gab ja halloween update vor wenigen vor wenigen tagen also wenigen tagen ist auch wieder gut gesagt ja hab ich alles eingesammelt die eine truppe ist schmacko ja die ist echt lecker die schauen wir uns gleich an ich würde erstmal sagen was ist hier los ok machen wir ja dann gewiss dann gehen eine runde hier rein und dann schauen wir mal hallo bretter hallo bretter ja muss oberen weg die scheisse ok bretter bretter los ja ich denke ja doch könnte schon gut laufen doch eventuell er guckt sogar zu lach kick oh mein gott ich hab die fähigkeiten einfach gar nicht aufgeachtet einfach los ok ja ja das ist halt ein bisschen mieser wir müssen nochmal reingehen wieso ja komm wir brauchen eigentlich nur einen stern ne das ist eigentlich relativ easy aber wir haben nicht mal das geholt ist egal wir gehen raus egal Ein Stern habe ich. Easy. Nimm mal mit. Dann habe ich wenigstens was gemacht. Ciao, Brüder. Also, Clownkrieg. Okay, wir haben alles bereit. Ich würde sagen... Ich würde schon sagen... Ähm... Die Dämonos... Ja, doch. Wir greifen den an. Und... Dann die Nummer 11. Und dann müsste es gewesen sein. Boah. Ich... Ich lebe noch. Krass. Okay, wir gehen rein. Lebt sie gut. Ja, gut, ne? Ja, dann machen wir erstmal hier. Dann hier. Okay. Das war anscheinend alles. So. Ja, doch so. Dann gehen wir rein. Jetzt reicht's mir auch, ne? Also, jetzt ist Feierabend hier. Es reicht, Brüder. Diese Truppen, ne? Es ist so krass, diese Truppen, diese Truppen sind komplett crazy. Das sind einfach die stärksten Truppen. Easy peasy. Das sind einfach die stärksten Truppen. Ja, ja. Ja, auch gefühlt aus im ganz, im ganz Clash of Clans. Die jemals gekommen sind. Ja, aber auch ab wir weg sind, ist auch richtig, äh, richtig nice. Ist richtig nice, wirklich. Immer weiter, immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich bin da raufgekommen, oh mein Gott, ich bin, oh mein Gott, okay. Okay, so jetzt können wir gehen. Let's go, jetzt kommt die Armee. Ich gehe doch, ich gehe doch, was ich bin, ich gehe doch. Ich habe Yolo Ballen hier. ich glaube den haben wir doch ja doch doch ich glaube ja ich glaube ja vielleicht auch nicht doch müssten wir eigentlich was haben doch ja hier sind noch ganz viele tausende kleine krank doch haben wir ja auch Yolo ein bisschen rein aber ein bisschen reingejockt aber alles gut bisschen reingejockt aber nur ein bisschen ja 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 Ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.